Zieht deine Hufflege auch so schnell und tief ein? Das ist die Leovet Huflab Elastikcreme. Sie ist ideal für Pferde mit spröden und rissigen Hufen und beugt Trockenheit vor. In der Creme enthalten ist unter anderem Sanddorn. Das hat eine pflegende Komponente und riecht auch besonders gut für den Reiter in der Anwendung. In dem Produkt sind keine Mineralöle, keine Vaseline und keine Paraben enthalten. Deswegen sieht man hier auch unser Eco-Friendly-Siegel. Das ist umweltfreundlich und enthält nur natürliche Inhaltsstoffe. Die Elastikcreme kommt in einer Flasche mit Pumpapplikator. Das heißt, man hält die Flasche aufrecht, drückt hier oben drauf, bis da vorne das Produkt rauskommt. Hier ist ein Bürstenaufsatz. Mit dem kann man die Elastikcreme dann direkt am Huf verteilen. Man hält die Flasche aufrecht, pumpt bis das Produkt vorne rauskommt und kann es dann auf die gesamte Hufwand bis hoch zum Kronenrand auftragen. Ebenso kann man das Produkt auf die gesamte Sohle auftragen und den Strahl über den Ballen bis hin zu den Trachten. Zum Reinigen kann man die Silikonbürste vom Kopf abziehen und einfach unter Wasser halten und abspülen. Man kann auch den gesamten Kopf unter Wasser halten und abspülen. Wer jetzt seinen eigenen Pinsel hat, mit dem er gerne arbeitet, der kann auch den gesamten Bürstenkopf entfernen und das Produkt direkt auf einen Pinsel aufbringen und damit dann auf den Pferdehuf auftragen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020